Musik Meine Damen und Herren, Katharina Wins Wir haben natürlich einen ernsten Grund, aber wir wollen auch feiern heute. Wir wollen heute feiern. Habt ihr Lust zu feiern? Ich glaube, die wollen nicht feiern. Doch, 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 doch. Also, ihr da auch, gell? Weißt du, ich muss ja schon zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin für heute Abend. Und wir müssen natürlich und wollen es auch von ganzem Herzen uns bei den Sponsoren bedanken. Jeder Einzelne, der heute Abend da ist, unterstützt uns. Wir konnten durch die Katharina Witt Stiftung konnten wir mit 70.000 Euro ein technisches Gerät kaufen. Mit der heutigen White Night haben wir die Möglichkeit, Ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Katharina Witt, mehr Power haben weniger. Wir werden atemberaubende Akrobatik sehen. Wir werden sicher ganz lecker was zu essen bekommen. Lateinisch. Altgriechisch. Russisch. Und da holen wir uns alle gemeinsam die Energie her. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Summe. Musik Ihm fällt auf, dass ich ein neues Kleid habe. Manchem Mann fällt ja noch nicht mal auf, wenn die Frau vom Friseur nach Hause kommt. Der Beifall gehört natürlich Unrat und Strano. Die beiden Designer, die dieses wunderschöne Kleid angefertigt haben. Ja, sonst lasst ihr die Mädels für euch laufen. Jetzt steht ihr hier im Mittelpunkt. Wir wollen dieses Kleid versteigern, natürlich zugunsten der Katharina Witt Stiftung. Und wir haben Frauen, die mit hungrigen Augen jetzt auf die Bühne schauen und dieses Kleid unbedingt wollen. Sie sagen 1700, wunderbar, aber vielleicht nicht für Sie, oder? Für Ihre Frau, ja, wunderbar. Was ist Ihre Philosophie des Kochens? Gewalt, dreimal streng und sechsmal Zartigkeit. Das klingt nach meiner Trainerin. Das klingt nach meiner Trainerin.